Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Und zwar muss ich wieder einen Boss besiegen. Wieder einen Erdenbaum-Beschützt-Typer-Typ-Dingsbumsi. Niederer Erdenbaum. Der Boss ist da vorne. Aber da... Was gibt's denn hier? Nichts, eine Aufladung. Ist egal. Niederer Erdenbaum. Mal schauen, was ist hier wieder für... Was ist es? Für die Flasche der wundersamen Arznei. Tränen. Kristalltränen. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ah, ich will die besten Knochen nicht. Rüstung oder Waffen. Rüstungsteile oder Waffen. Nehme ich gerne. Nicht ausgereicht. Oh, Pelzgamaschen. Er hat einen Rüstungsteil gegeben. Das war ein guter. So ist meine Wichte. Und... Let's go! Oh, shit. Oh, nee. Eine meiner Ablenkungen ist schon tot. Ha! Boah, war das knapp. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Blitzschreier-Träne, Heiligschreier-Träne, Magieschreier-Träne. Drei Schreier-Tränen bekommen. Und das bin der Gestorben. Oh. Was ist die Typen wieder da? Oh, nein. beten den erdenbaum an oder sowas nachtversuchen wieso nachtversuchen soll ich nachts noch mal herkommen das machen wir doch direkt mal und wir müssen uns die kristalltränen noch anschauen die wir bekommen haben der herr der dd wo ist es als neumischung hinten kurzzeitige magie angriff stärkungen kurz verstärkt kurz blitz angriffe verstärkt kurz heiligen griffe dass man die drei sachen die ich bekommen habe interessant mal drei tränen bekommen bevor ich jetzt hier irgendwas machen gehen wir direkt noch mal zum erdenbaum ja hier dann genau ja warum mache ich das habe ich dadurch jetzt die erfahrung verloren also runen so jetzt setze ich mich hier ran mache dunkel und dann gehe ich nochmal hin dunkel ok ok guck mal ich bekomme 13.000 habe ich verloren ja mal gucken 13.000 ok Cool. Komische Nacht. Hier ist nichts. Ist egal. Ich habe jetzt die drei Kristalltränen bekommen. Das reicht mir. Großes gehirntes Stirnband. Cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder es irgendwie geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.